ja alle leute herzlich willkommen auf meinem kanal sahas wanderblock heute gibt es mal keine tour sondern ich wurde ja zu einer challenge nominiert gleich zweimal einmal von geraus und einmal vom radlwadl als zweites nominiere ich den sascha von saschas wanderblock auch ein wanderkanal der uns sehr sehr gut gefällt am ersten wo sie nominiere das ist der sascha von saschas wanderblock der sascha ist ein beinharter trainierer er hat sich zum ziel gesetzt heuer an was man zu gehen und auf die sie trainiert auf bürgen und presken und ohne rücksicht auf verluste aber er ist auf dem guten weg und ich bin guter dinge dass er das schaffen wird und mich würde interessieren was der sascha für equipment hat oder was er seinen rucksack hat außer an günther seinen imaginären freund den brauch ich nicht den brauchst du nicht vorstellen aber den rest würde mich interessieren und ich glaube die ganze youtube-gemeinschaft wie was du so in deinen rucksack gehören mit hast also sascha lass dich nicht lumpen sei dabei macht mit bei der challenge macht riesen spaß ja und es sind beides ganz tolle kanäle schaut euch die mal an ich werde zu euch gleichzeitig geht nicht ich verlinke sie euch unten in der infobox wie gesagt tolle kanäle geh raus ein sehr vielseitiger kanal hat eine ziemlich bandbreite von geocaching über wandertouren probieren auch outdoor sachen aus also bush drafting sachen und so weiter und so fort schaut unbedingt mal rein beim radlwadl auch unbedingt reinschauen ist ein kanal der wir besonders am herzen liegt weil ich mag den radlwadl sehr gerne ist ein sehr sympathischer mensch der sich selber nicht so ernst nimmt auch selbst mal über sich sagen kann auch in seinen videos sehr sehr super typ muss ich sagen gefällt mir sehr gut wie gesagt schaut mal rein die beiden haben mich nominiert ja worum geht es in dieser challenge in dieser challenge geht es darum seine ausrüstung ein bisschen zu zeigen also das heißt einmal seinen billigsten ausrüstungs gegenstand den teuersten ausrüstungs gegenstand den neuesten den ältesten und den liebsten ich habe jetzt mal ein bisschen darauf beschränkt keine naja fast keine technischen ausrüstungs gegenstände zu zeigen sondern habe ich mal ein bisschen darauf beschränkt was nehme ich so mit wenn ich wandern gehe ohne zu finden das filmen an sich hat ja mit dem wandern vom prinzip her außer bei uns youtuber nichts zu tun und ja deswegen fange ich einfach mal an mit dem ersten gegenstand auch das ist einer meiner ältesten gegenstände mein allererster wanderrucksack was eigentlich gar kein wanderrucksack ist sondern der ist noch aus meiner quad zeit ich bin vorher mal quad gefahren und da ist der noch her ich weiß gar nicht was das für eine marke ist auf jeden fall ein 35 liter rucksack fairpranks also das ist so der rucksack der mich die erste zeit begleitet hat aber der ist halt relativ unbequem zum wandern man hat relativ schnell nackenschmerzen bekommen und deswegen habe ich den auch relativ schnell ausgesondert muss ich sagen und der ist jetzt so in etwa zehn zwölf jahre alt aber ich habe ihn noch auf weil es hängen viele viele erinnerungen dran und wer weiß vielleicht kann man ihn mal gebrauchen und dann habe ich noch einen weiteren ältesten gegenstand das ist mein altes wandernavi das garmin oregon 450 t und das hat mich auch sehr sehr viel begleitet ist leider kaputt das display ist kaputt und das lässt sich auch nicht mal mit dem laptop verbinden und ja ich muss sagen im zeitalter der smartphones brauche ich bis jetzt eigentlich keins ich meine sind natürlich genauer keine frage und wenn ich jetzt mehr in den alten gehen würde würde ich mir auch wieder ein richtiges wandernavi kaufen aber wie gesagt für meine touren reicht mir das völlig aus mit dem handy zu navigieren sei es mit komut was ich die meiste zeit benutze oder auch outdoor active und es gibt noch einen anderen gegenstand womit ich navigiere dazu aber später mehr ja dann kommen wir zum billigsten gegenstand oder eigentlich billigsten gegenstände was auch eigentlich gleichzeitig einer der neuen ist also als allererstes habe ich immer mal tüten dabei das ist etwas größere tüte für hundekot aufzusammeln sage ich jetzt mal oder vielleicht auch mal für sein müll oder auch anderen müll mitzunehmen habe ich immer dabei habe ich nichts gekostet weil den habe ich mir unterwegs geklemmt muss ich ehrlicherweise sagen und ja ich habe aber auch richtige gekaufte so rollen ist der aber ich habe meistens den hier dabei weil der ist einfach weniger platz weg das habe ich meistens säcke und der gegenstand hier der hat mich auch nichts gekostet das ist ein geschenk von meinem arbeitgeber dann habe ich allerdings noch gar nicht mit gehabt weil er noch relativ neu ist der wird mich aber zum watzmann begleiten und zwar ist das ein handtuch wie gesagt man nicht benutzt ist auch noch relativ neu und ja ich werde ich mal zum watzmann nehmen so was haben wir noch ja also was natürlich immer dabei sein muss eigentlich schon als liebster gegenstand aber den habe ich halt immer dabei ist mein ältester mein neuster der muss ja immer aktuell sein schaue ich auch immer nach ich habe mehrere ausführungen davon dass hier ist jetzt mein kleinster den ich auch beim radfahren mitnehmen oder wenn ich auch nur mal mit den hunden spazieren gehen also der ist wirklich immer dabei mein erste hilfeset da habe ich verschiedene setups das ist der kleinste da ist nur ein bisschen verbandmaterial drin keine rettungs decke keine schmerzmittel wenn ich jetzt größere wandertouren mache habe ich natürlich auch eine rettungs decke dabei und auch mal schmerzmittel weil man weiß ja nie was man gebrauchen kann dann kommen wir mal zu meinem liebsten gegenstand der für mich sehr sehr nützlich ist und zwar ist das ein karabinerhaken erstmal die kinder leider nach das kinder etwas krach weil die am spielen sind aber das sind kinder so ist das halt ich hoffe ihr seht es mir nach also das ist ein karabinerhaken von mammut den habe ich immer dabei der ist etwas zweckernfremdet der gehört eigentlich zu meinem klettersteig set mit dazu habe ich mehrere von und wofür benutze ich den wer meine videos kennt weiß ich gehe mir den unten gerne freihändig ich mache mir das ding an gürtel fest und hänge die hundenlein hier rein und schon habe ich die hände frei was mir sehr angenehm ist beim wandern was ich auch sehr gerne mag sind meine trinkflaschen auch mehrere von auch sehr günstige gefällt fast waren die günstigsten gegenstände ich glaube das ist eine flasche die koste das geht 0,8 liter rein die ist von decathlon und da habe ich glaube ich acht stück von nämlich sehr gerne mit weil wir haben eine große öffnung wo ich zur not auch die hunde mal raus trinken lassen kann habe ich schon gemacht aber eine panik das ist gespült mit heißem wasser und spülmaschine also ist wieder sauber ja ist die letzte zeit schon ein zweimal zum einsatz gekommen für die hunde weil ich die spezielle triebflasche für die hunde vergessen habe das ist die hier ja die macht man von wasser klappt so hoch dann läuft das wasser raus in den napf und die hunde können daraus trinken sehr wichtig für die hunde ist auch wenn ich die hunde dabei habe in der regel immer dabei so dann kommen wir eigentlich auch schon direkt zu meinem letzten naja vorletzten gegenstand das ist den teuersten zeige ich euch zum schluss ich zeige euch erstmal meinen neuesten das ist ein wickelnagel neuer bzw neue hängematte die habe ich mir jetzt bei decathlon bestellt 13 euro ich habe nichts bestimmtes vor damit ich bin es einfach mal ausprobieren weil ich das jetzt in verschiedenen videos schon gesehen habe und ja ich will einfach mal damit in den wald gehen mir ein ruhiges plätzchen suchen das ding mal aufbauen und mal ein bisschen chillen dafür habe ich mir die mal gekauft wie gesagt 13 euro das relativ leicht kann man wenn wir wirklich mal eine tour machen will ganz gut mitnehmen von daher glaube ich ist es für mich völlig ausreichend habe ich einen ultraleichten 9 der ist prima ist der neueste so dann mein teuerster gegenstand ist meine meine uhr das ist eine garmin phoenix 6 könnte das sehen ja das ist die habe ich eigentlich immer am abend tag und nacht jeder lebenslage also die ist eigentlich immer am arm mit der zeichne ich touren auf das war sie in den videos immer seht am schluss diese übersicht von der tour ist alles mit garmin auch mit der garmin uhr aufgezeichnet und über re live dann dargestellt ich navigiere mit der uhr da ist eine komoot app drauf und wie gesagt das ist einer der gründe warum ich kein navigationsgerät brauche weil es eigentlich hier drin und habe festgestellt die uhr ist witzigerweise genauer wie das handy mehr habe ich eigentlich gar nicht mit also relativ unspektakulär und so bin ich halt unterwegs von ausrüstungsgegenständen her das machen die kinderleiter noch etwas mehr kracht rüben aber wie gesagt es sind kinder ich hoffe ihr seht es mir nach so der rucksack das ist so was hier so liegt also der rucksack natürlich jetzt neueren ist so mein setup was ich mit dabei hat die hängematte und das handtuch habe ich in der regel nicht dabei ja mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen mehr habe ich nicht außer das was sonst jeder hat schuhe oder hosen keine ahnung aber wo fängt man an wo hört man auf und das sind so die gegenstände die ich wirklich regelmäßig nutze die sich meiner meinung nach lohnen zu zeigen und die technischen sagen habe ich wie gesagt mal raus gelassen weil die mit dem eigentlichen wandern dann nichts zu tun haben aber wenn es interessiert ich filme mit einer osmo action von dji und fotografieren und dieses video mache ich jetzt mit einer sony alpha 6600 und habe noch ein externes mikrofon wenn das auf beide kameras passt das ist das rote video mikro nur wer interesse daran hat sei das auch mal gesagt ja dann komme ich auch schon zu meinen nominierungen da ich leider den überblick verloren habe wer schon alles bei dieser challenge mitgemacht hat und wenn nicht hoffe ich ich erwische jetzt kanäle die noch nicht mitgemacht haben und ja deswegen nominiere ich als erstes den outdoor tino bei dem wird mich wirklich interessieren was der so alles mit hat bzw sind ja zwei was die beiden so alles im gepäck haben ich hoffe ihr macht mit und zeigt uns mal eure eure ausrüstungsgegenstände als zweites hätte ich den boris outdoor da würde mich auch mal interessieren was ja so alles dabei hat weil ich glaube der ist auch immer mit relativ leichtem gepäck unterwegs würde mich auch mal interessieren auch bei dir wirklich freuen wenn du mit machst und als dritten im bunde den thomas von frischluft für euch deine ausrüstung wird mich auch mal interessieren was du so dabei hast weil du bist ja sehr vielseitig und hast ja auch mal ein penny bord dabei oder weiß der geier was du bist ja immer wieder für überraschungen gut deswegen wird es mich bei dir auch mal interessieren was du so für ausrüstungsgegenstände hast wie gesagt hat euch auch die drei kanäle an der autor t nur macht ja viel los place geschichten aber auf eine eigene art sag ich jetzt mal also das ist eine andere art wie man das sonst so kennt schaut einfach mal rein wie gesagt die kanäle sind alle unten in der video beschreibung schaut mal rein selber ist eigentlich für den boris outdoor der ist auch sehr vielseitig der macht los places der macht wanderung der macht mega märsche der macht irgendwelche specials der macht irgendein blödsinn was ihm gerade einfällt also ein sehr unterhaltsamer kanal ein sehr sympathischer typ schaut auch unbedingt mal bei ihm mal rein wie gesagt links findet ihr alle in der video beschreibung und beim thomas von frischluft für euch natürlich auch auch ein sehr sehr vielseitiger kanal dem auch am herzen liegt weil meiner meinung nach hat er viel zu wenig abonnenten für das was er so macht er macht alles mögliche er hat schon filme gemacht mit dem immer also mit seinem zwillingsbruder ja also dieselbe geschichte eigentlich wie ich mit dem günther nur hat es ein bisschen besser gemacht ein bisschen professioneller mit dem cast wer halt noch zusammen er macht tutorials für wandereinsteiger er macht wandertouren er zeigt euch wie man penny board fährt und gibt viele tipps und ja er hat so ein bisschen eine andere art seine strecken zu planen ich bin mir gar nicht so sicher ob er die überhaupt schon zu hause plant also so ganz durch gestiegen bin ich da ehrlich gesagt noch nicht wieder das macht auf jeden fall finde ich sehr gut wie er es macht sehr interessant schaut mal rein ja das soll es dann auch schon gewesen sein wie gesagt alle kanäle die ich erwähnt habe die mich nominiert haben beziehungsweise die ich nominiert habe findet ihr unten in der video beschreibung wer noch irgendwas spezielles wissen wollt an ausrüstungsgegenstände mehr wissen wollt schreibt es mir in die kommentare schreibt mir fragen in die kommentare ich beantworte die gerne und ja das soll es dann auch schon gewesen sein zu dieser challenge ich hoffe die drei nominierten kanäle machen mit und wir sehen uns im nächsten video bis bald euer sascha ciao